Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu GRID Rennsport? Autosport? Autosport? Ja, GRID Autosport mit dem Randy Sachs Netplayer zusammen. Hallysen! So, und wir fahren gerade jetzt hier immer noch im Multiplayer rum und ja, wir haben gerade ein Tuner-Event. Tuner-Tuner-Tuner. So. Da hat schon einer 30.000 EP. So, Rennen. Okay, auf geht's. Was haben wir denn für eine Kache hier? Wieso konnten wir eigentlich kein Auto auswählen zu Beginn? Das ist doch Kacke. Wieso können wir das auswählen? Mann. Ah, es kann sein, dass ich rausgetappt war. Das ist blöd. Warteposition 2. 6. Warteposition 5. Ja, das ist Zeitrennen. Ah, Zeitrennen, okay. Okay, nice. Dann fahren wir halt Zeitrennen, auch kein Problem. Wer die beste Zeit entlegt. Wünscht dir viel Glück. Oh, wird schon mal. Das beschütten die. Ja, doch. Ja, das ist ein Intermeter, hört auf. Oh, das war ein bisschen sehr stark gebremst. Ah ja, super kurze Runden. Oh, Position 3. Ah, diese Runde wird wohl für den Arsch. Scheiße, dann müssen wir die letzte Runde nochmal hier auf dem Asphalt kloppen. So, jetzt letzte Runde, volle Konzentration. Welche Zeit hat der Renni gefahren? Bin Platz 6. Bin letzter. Noch auf der 3. Plus 4 Sekunden. Ich bin aber auch ein paar Autos, ey, das geht überhaupt nicht. Ja, ich hab mich noch mal ein bisschen verbessert, aber... Ne, du, da hättest du schneller werden sollen. Aber immer in Platz 3. Warum nicht? Aber wenigstens Position 1, 2, 3, Deutsch. Was ist der gefahren? S15, Silvia, okay. Ich fände wohl der Beste zu sein. Aber den hattest du auch bei dir. Warum? Doch, Platz 6. So, jetzt dürfen wir theoretisch aufsteigen auf Level 2, also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du schon Level 2 bist. Ich bin Level 1. Level 1, und... Ja, kurz vor Level 2. Ah, ich bin Level 2. 1.800 EP. Wow. Und 5.700 an Geld. Da. Auf Spiele warten. Auf Spiele warten, auf Spiele warten. So, ach du grüne Neine. Das sieht ja ekelhaft aus. Links. Ja. San Francisco. Ah, Chicago sind wir schon gefahren. Ja. Denk dran, das ist wieder Alfa Romeo Cup. Ich weiß nicht, kann das sein, umso höher... Nee, kann auch nicht sein. Der ist ja Level 13 da oben. Dass man andere Fahrzeuge fährt, wenn man höheres Level hat, also ein andere Stufen rein kann. Das kann gut sein, ich weiß es nicht. Aber guck mal, der ist Level 13, fährt auch den Alfa Romeo Cup. Durchschnittliche Platzierung 2. Online-Rennen insgesamt 133. Geld insgesamt 1,4 Millionen. Wie wählst du das aus? Wie kannst du es angucken? Du klickst auf den Namen drauf von denen, also gehst halt mit Dings rüber, zack. Dann hast du Profilanzeigen, Stimmen und Statistikanzeigen gibt es natürlich nicht mehr. Hm. Okay. Street! 5,3 Kilometer. Street Racing. Na dann. San Francisco, bitte. Weissen Bescheid. Ob das für uns hoch und runter ging. Mhm. Aber haben wir nicht gerade eine andere Strecke ausgewählt? wir haben san francisco das gewalt oder einer hat sogar einen schwarzen wieso hat er einen schwarzen stadt dahinten an die land die anderen sind alle rot im auge behalten position 3 ist gut na komm mach was die anderen noch nicht so weit oder was wenn du links die auflistung hast du dann dauert es noch jetzt auch schnellste runde aber halt mit einfach wo mehr ist naja ok kannst mit leben müssen wir ja bereit machen und los geht's ja gucken wir mal was wir für eine zeit in der speichern können hier san francisco kann viel passieren den gestellen bei den extrem spitz spitze kurven die menschen das ist immer naja die bremsen die 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 das da so untenrum, weißt du, wenn du springst. Komisches Lenkrad. Oh, fuck. Das war die andere Seite. Das ist doch zum Kötzen. Mann. Komm, gib Gummi unten. Ah, die war gut, Gründermund. Die war gut. Maggie, hast du gut gemacht. 1,38. Das ist wahrscheinlich die beste Runde aktuell. Gut, das ist schon bei der 1,44 bin. Gut, Schatz, oder? Das ist natürlich scheiße, wenn du vor dir einen hast, der langsamer ist. Durch, durch. Mal gucken, was wir von der Zeit hier in den Roten Meißeln. Hm, das war Fail. Alter Schwede. Das habe ich nur auf die Zeit gekauft, nicht auf die Strecke. Und das hätte man wohl scheinlich gar nicht tun. Aber ich bin in Position 2. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin noch nicht jemandem wurscht. Okay. 7. 7? Also letzter. Ah, ne, vorletzter. Ne, vorverletzter. Ja, super. Hast du gut gemacht. Oh, da hat einer schon das Rennen aufgegeben. Oh, what the fuck? Oh, die war auch nicht schlecht. Oh, hört er nur mit dem Gipfifte aus. Boah, das kann sich ja keiner antun hier. Oh, das kann sich ja keiner antun hier. Boah, das war ein Assi. Oh, der hat mich in die Mauer geschoben. Oh, der hat mich in die Mauer geschoben. Oh, der hat mich in die Mauer geschoben. Also Leute, wenn die Kamera die ganze Zeit wackelt oder sowieso, das liegt daran, dass hier mein Lenkrad am Schreibtisch befestigt ist und da natürlich auch der Monitor draufsteht und ich glaube, ich habe kein linkes Vorderrad mehr. Ich muss extrem gegen lenken. Natürlich guten Wicks kurven, aber... Wicks kurven ist nicht so. Oh, ich bin auf die vier durchgereicht. Scheiße. Oh, dann noch eine Runde. Wie bitte? Vier Runden. Ich bringe da keine Punkte mehr, ey. Ja, da habe ich einen Platten. Fällt eigentlich trotzdem jetzt, wenn man nicht zu Ziel kommt, die Zeit? Keine Ahnung. Könnte eng werden. Wenn das hier so weitergeht. Eieieieiei. Und wieder drauf. Ja, ich glaube, da kann ich nur noch ins Ziel eiern und hoffen, dass ich auf Platz vier bleibe. Ja, mein Fahrzeug ist total schade. Das ist not so gut. Ich bin mal nett und lasse den dann da hier vorbei. Den euren Franzoser mit seinem Baguette. Welche Position bist du mittlerweile? Vorletzter Mann ey Aber der der ganz hinter mir ist, der in Ahnung wie weit der noch von Fleckhölk ist Muss man ja immer positiv sein Deine Pissbarnei Oh, McMahon ist auf der 3, wieso bin ich auf der 3? Weil er ausgeschieden ist Nice, also muss das Auto durchbringen gut Dann fahre ich jetzt schön gemütlich ins Ziel Ja, ganz so gemütlich können wir glaube ich nicht fahren Weil die Zeit läuft ja irgendwann ab, oder? Richtig Ne, kann ja eigentlich schon nicht sein, oder? Weil wir ja in der Schlechtzeit starten Ist relativ egal, sobald der erste seine 4 Runden durch hat, geht es 6 Sekunden Die Frage ist, ist man dann ausgeschieden oder ist dann einfach nur das Renn vorbei und die Zeit wird gelungen die letzte? Keine Ahnung Keine Ahnung Bei Grid 2 warst du, war das ausgeschieden In 60 Sekunden Bist du in der letzten Runde schon bergab gefahren, also diese Bergab-Sprüche? Nein Gleich Bist du ja auch noch hinter dir? Richtig, so bin ich in und ja Naja Jetzt fliege ich her Ich glaube das schaffe ich nicht ins Ziel Könnte er gewinnen Bei mir nicht mit dem Sporthaufen hier Nein Das schaffe ich auf gar keinen Fall Na mal gucken was passiert jetzt Ja, Platz 2 Nice Nice, nice, nice Ja, bis Platz 7, Mensch Ja Also letzter Oh, Level 3 Level 1 Level 1 Ja, immerhin etwas Kaule, ne? Oh, 8800, nice Ja gut Achso, du hast amoderiert, ne? Achso, sind wir schon durch? Ja Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder, bewerten das Video positiv, wenn ihr mehr davon sehen wollt und wir sind erst mal raus, tschüss! 2 M airplane